hallo und herzlich willkommen zurück zu einer runde 7 days to die am hundehortentag mir geht so das wasser immer noch ja ich weiß nicht ob sie kommen ich weiß nicht woher sie kommen könnte mir nur hier zur sicherheit so ein kleines brückchen aufbauen aber wir brauchen halt noch ressourcen sind gar nicht mal so viel aber wie gesagt wenn hunde hunde heimzies kommen dann ist hier schicht im schacht naja wir hoffen wieder einfach mal ich glaube ich baue mir hier echt schnell so eine kleine notfallsbrücke auf sollte halten kennt man ja das gute alte ding sollte man vielleicht auch noch eine leiter hinsetzen kann ich mich dann nicht einfach darauf ziehen und hoffentlich puttern sie mich nicht was aber garantiert machen werden wir könnten es eigentlich einfügen in das spiel dass ihr zuerst geheule kommt hier so und das dann rund geht mehr von den rocks haben wir eigentlich noch genügend stein ja stein haben auch noch genügend so und das hier beruht ja auch einen ähnlichen prinzip was ich hier brauche so und es ist warm oder will. Oh ja, uns ist warm. Warum? Warum? Was haben wir denn wieder an? Ich glaube, das liegt hier an diesen Dingen. Insulation plus 4, plus 4, ja. So. Hallo Schwein. Ja, das Ganze ist eigentlich so ein Aufbau, diesmal komplett frei schwebend. Ähm, nichts mehr mit unten in dem Raum drinnen. Das finde ich irgendwie ein bisschen, ja. Es ist nicht wirkungsvoll irgendwie. Mir kommt so vor, als ob die Zombies inzwischen um einiges mehr Power haben. Und von dem her bauen wir uns hier eher nach oben ein bisschen und lassen die unten schön auf Spikes rumlaufen. Also ich habe den Aufbau auch kurz in so einem Testspiel ja letztens gemacht. Und ich glaube, dass der gar nicht mal so blöd ist. Wobei, doch, weil ich habe mich vertan. Äh, das müssen hier drei, das müssen drei Cobblestone Frames sein. Ich glaube, es sind Frames neunmal, bitte. Naja, zumindest kann ich mich hier ja schön hier oben verschanzen, wenn jetzt Hunde kommen sollten. So, und jetzt machen wir hier mal Ohno-Due. Es sieht ein bisschen freaky aus, aber es sollte den Zweck erfüllen. Und es ist schön, dass wir hier mal die paar Frames gefunden haben. Denn somit können wir hier schön bauen und brauchen zumindest dafür kein Holz mehr verschwenden. Alles wird gut. Alles wird gut. Ja, so läuft's. Langsam aber sicher beruhige ich mich wieder ein bisschen, weil ich sehe, es könnte doch noch was werden, auch wenn ich im Zeitplan sehr schlecht bin. Aber auch wenn die Hunde jetzt kommen, dann haben wir noch einen Tag, äh, den wir vollkommen zum Bauen verwenden können. So, hier oben können wir schön mit Woodframes bauen. Und ich finde das Schöne an dem Aufbau ist jetzt hier, ähm, man kann das endlos erweitern. Jetzt sollten wir mal wieder ein paar, paar Letters machen. Okay, das war's dann mit dem Holz. Das ist jetzt schlecht ein bisschen, aber... Aber Gott sei Dank haben wir die normalen Frames hier schon mal. Ich höre was. Jawoll, jawoll, da kommen sie. Da kommen sie. Na komm, schieß halt. Na komm doch. Rainer. So, einer ist passé. Der zweite hat's... und da kommt schon noch mal einer. Und das Gute ist, man sieht schon, die wissen nicht so recht, wo sie hin müssen. Ah, da hinten ist der Kletzespacko. Ja, und so läuft das dann halt mit den Zombies auch nur, dass die halt unten auf den Spikes dann noch rumlaufen sollen. Das ist so der Grundgedanke. Und wie gesagt, das kann man endlos erweitern und dann... Was sagt das mir? Ja, was soll denn das jetzt? Treffe ich jetzt hier immer grad schön... Verarsche! Jetzt treffe ich immer genau den Baum und ich hab sowieso so viele Pfeile. Verdammt! Ich weiß auch nicht, was der Vollspaten da macht. Aber ich seh nur schon wieder, die Uhrzeit läuft uns einfach davon her. Das ist... Wir könnten auch ein paar Arrows machen. Haben wir glaube ich ja wieder ein paar... Irgendwas geht uns ab. Sieben... Ach, Holz! Es ist doch hier echter Wahnsinn! Ach, komm! Lass mich in Frieden! Das ist jetzt nervig! Er kommt da irgendwie nicht raus und... Naja... Okay, ähm... Wir brauchen auch demnächst dann noch ein paar... Ein paar... Na... Iron Bars! Das ist noch so eine Geschichte, die wird vielleicht ein bisschen teurer. Aber... Naja... Es ist halt hier sehr nice zum Durchschießen. Ähm... Das war jetzt... Nicht ganz optimal. Ich hab jetzt grad nur noch einen Eingang hier rein. Da muss ich mir noch was überlegen. Das wie gesagt ist, äh... Ist natürlich nur in der Planungsphase. Ähm... Müssen wir gucken, ob wir hier zwei Eingänge machen. Einen da drüben, einen... Auf der Seite dann. Hat der sich jetzt schlafen gelegt oder was ist da los? Ja... Dann machen wir hier drüben auch noch einen Eingang dann. Ja... Es wird... Es wird... Das sag ich so gern, um mich selbst zu beruhigen immer. Tatsache, der ist kaputt. Ach, der ist verblutet! Dummer Hund! Dummer Hund! Ah, da können wir hier noch schön... Backe, backe, backe Kuchen wollte ich grad sagen. Aber... Äh... So schaffe, schaffe... Häusle baue. Ja... So... That's it! Ah, das Birdnest haben wir leider schon. Äh... Ich bräuchte auch ein bisschen Holz. Holz wäre auch nett, aber wir brauchen zuerst noch ein bisschen Cobble. Aber an so erhöhten Dingern jetzt hier, da fühle ich mich schon ein bisschen sicherer. Wie gesagt, weil einfach die... Die Beißerlines nicht bis zu mir hochkommen. Und es ist glaube ich auch so bei dem Aufbau, wenn die eine Stütze einreißen, dann bleibt das Ganze noch stehen. Genau, und ich kann sie halt ein bisschen kiten quasi oben drüber laufen und die folgen mir dann unten und laufen schön auf den Spikes umher. Für die, die das jetzt nicht verstanden haben sollten, finde ich hier schon ab und zu in meinen Mundartverfall. War's das eigentlich mit Hunden oder kommt da auch eine Horde zwei? Ich glaube, die kommen so zwei Stöße. Ich glaube, das haben sie wieder ganz böse gemacht. So, dann verbauen wir das mal wieder schnell. Hier ist so das Grundgerüst. Es ist natürlich ein bisschen problematisch, seit den Zombies immer wieder die Beine abfallen, wenn sie über Spikes laufen, dass die dann hinterher nämlich nur noch zwischen den Spikes drum rumkriechen. Aber Spikes sind Spikes, Spikes sind gut. Zombies ohne Beine sind besser als Zombies mit Beinen. Wobei das stimmt auch nicht ganz, denn die Crawler, die verbrauchen sehr viel Pfeile. Also das ist mir letztes Mal schon auffallen, die verbrauchen so verdammt viel Pfeile. Mach ich noch eine Schaufel? Nee. Ich bräuchte nur dieses behinderte Set in Concrete Book. Dann wäre hier alles cool. Ah, der baut gar nichts ab. Sehr schön. Da brauchen wir auch ein bisschen auf Ersatz. Dann können wir oben das Dach auch wieder reparieren und vielleicht später mal dieses... Ich weiß gar nicht, was das darstellen soll. Ich mach jetzt keine Schaufel mehr. Ich mach mir immer eine Stone Schaufel. Für das mir das Holz fehlt. Naja. Bis das Ding zerbricht jetzt, dann passt es. Aber drei Hunde war jetzt eigentlich machbar. So, da drüben brauchen wir noch ein bisschen Wasser und ich glaube nicht, dass das schon ganz reicht. Ne, da hinten haben wir auch nochmal einen ganzen 3er U. Okay, dann holen wir uns hier mal schnell, schnell diesen Baum, der nämlich genau an dieser Klappe liegt. Und theoretisch könnten wir dann nämlich auch hier den ganzen Innenhof noch mit Spikes zudonnern. Und theoretisch irgendwie über Umwegen hier über die Spikes flüchten. Also das ging ja auch nochmal irgendwie. Wir machen jetzt gleich mal nochmal eine neue Stone-Ex. Vielleicht kommt da auch schon eine über 100 raus. Glaube ich aber leider noch nicht. Aber es ist schön, dass hier so verdammt viel Holz ist. Also zumindest der Baum hier jetzt. Smash it. Smash it. Ne, wir können leider noch keine so eine gute Ex und wir haben gerade unsere gute zerstört. War jetzt auch nicht das ganz Intelligenteste. So, wie viel haben wir schon wieder? Was? Erst 191? Wollt ihr mich verarschen? Dachten wir jetzt, wir hätten ja schon wieder 300 oder sowas. Naja. Wir müssen mal ganz kurz nach oben. Das ist jetzt blöd hier. Na, dann gehen wir hier mal seitlich rein. Ich hoffe, dass der Besuch schon wieder alleine gezogen ist. Haben wir hier irgendwas interessantes? Da hätten wir noch Leather. Das nehmen wir mit hoch mal. Nicht, dass die mir irgendwann das hier hier unten zerstören. Das wäre auch tragisch. Ja, die sind schon wieder gegangen in der Besuch. Wir brauchen hier ein paar Iron Bars. 15. Wie viel brauche ich? Muss ich 4, 8, 12, 16. 16 brauche ich glaube ich. Ähm. Ähm. Okay, 2 Minuten 40. Sehr gut. Kann ich das Rohr hier... Ah, da schmilzt sowieso noch was ein. Ähm. Kann ich vielleicht nochmal eine machen. Sehr nice. Die brauchen wir nämlich dann hier. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass 16 Stück reichen, aber... Passt schon. Passt schon, passt schon. Und jetzt hätte ich mich eigentlich wieder gleich entladen können. Habe ich aber schon wieder vergessen. Macht aber nichts. Wir müssen eh nochmal rauf dann die... Teile hier noch holen. 15.30 Uhr ist schon wieder. Jetzt machen wir noch kurz hier den Baum um. Dann holen wir uns noch ein bisschen Clay für Cobblestones. Und dann bauen wir das Ding da drüben mal schnell fertig. und dann schlägt das Ding. Die Physik funktioniert. Neigermaßen. Der Wind ist gerade ein bisschen laut. Wie viel habe ich noch mal gesagt, für 16 brauchen wir, glaube ich, für einen Frame. Ja, dann brauchen wir noch ein bisschen. Ich habe halt jetzt, glaube ich, die Hunde kommen sogar um 16 Uhr noch mal das Wurde machen. Ah, jetzt hat er mich hier gesehen. Na, komm mal her, du. Wie, er will noch nicht. Na klar. Gib mir doch endlich mein Set at Concrete Bock. Ach, jetzt haben wir keine Steinchen mehr. Ja, jetzt geht schon wieder alles aus hier. Und Gott sei Dank lassen sich die Bären gerade nicht blicken, das ist das Allerwichtigste. So, jetzt ist das Ding auch hier. Das repailen wir mal schnell. Hier kommen es dann Rocks raus. Machen wir nochmal welche. Ich habe immer hier so ein Ohr offen, ob nicht irgendwo die Hunde jetzt nicht kommen. Das ist so böse. Ach, jetzt hat uns die Lady auch gesehen. Hallo, Mrs. Mann, olle Sandwich. So, passt. Kann man das hier relativ fertig bauen sogar. Da oben brauchen wir gar nicht mal so viel reindonnern. Denn, wenn das hier oben kaputt geht, dann bin ich sowieso schon gearscht. So, wie viel Holz haben wir noch? Ah, es geht sogar. Wie viel brauchen wir da jeweils dafür? Zehn, okay. Das kostet uns doch relativ viel. Ja, es geht eigentlich gerade. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein bisschen teurer. Kann man sich jetzt natürlich wieder darüber streiten, ob das jetzt gut ist, wenn ich die hier alle ausfülle. Aber, eigentlich schon. Später wird es dann halt interessanter, wenn die Spucker kommen. Aber da kann ich das theoretisch alles hier immer noch aufwerten, auf komplett, auf komplett Beton. Genau, das war es. Konkret. So, wir laufen wieder hoch. Holen uns ein paar Iron Bars. Beziehungsweise, ich laufe hoch und werde die Folge beenden. Auch nochmal die Bitte, wie beim letzten Mal. Also, ich habe jetzt zwei Folgen am Stück aufgenommen. Wie gesagt, auf meinem neuen Streaming-Aufbau hier. Wenn die Qualität schlechter ist oder besser, schreibt es mir unten rein. Das würde mich sehr interessieren. Genau, es würde mich sehr interessieren, weil nur so kann ich halt meine Qualität verbessern. Okay, gut, wir haben wieder überlebt. Es sieht gut aus. Das Ding sieht auch nicht schlecht aus, möchte ich mal behaupten so. Oder also echt hier. Genau. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao. Macht es gut. Ciao. Ciao.